Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft, wichtige Dinge im Leben. Und genau darum geht es heute hier bei der Mahilft-Gala im Landeskonservatorium hier in Vellkirch. Eine Sozialaktion der VN zugunsten hilfsbedürftiger Familien in Vorarlberg. Edith und Arianna, welchen Stellenwert hat für euch die Mahilft-Gala? Dass man helfen kann, wo man helfen kann. Willi, ist es dir wichtig, dass man anderen Menschen hilft? Auf jeden Fall. Also ich finde es ganz wichtig, dass man gerade in der heutigen Zeit zusammenhilft, anderen hilft. Ja, finde ich schön. Ja. Waltraud, was bedeutet dir die Mahilft-Gala? Die hilft, die bedeutet mir sehr viel, weil sehr, sehr viele Menschen wirklich arm sind. Und ich finde es ganz toll, dass in der Zwischenzeit sehr viele Leute sich daher opfern und geben auch Kleines, also Kleines. Nicht nur Millionen oder Hunderter, sondern auch die Kinder spenden schon. Und das finde ich ideal. Ich darf auch noch ein letztes Mal an die Mahilft-Gala. Sie können übergeben, die sind spannender als ich auf der Bühne, die können auch mehr. Ihnen danke ich einfach für Ihren Kommen, für die Zeit, die Sie genommen haben. Ich darf allen noch eine schöne Heimfahrt wünschen. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie noch ein bisschen bei uns bleiben. Und ich bedanke mich nochmals bei dir, Edith, die du wieder ganz dezent im Hintergrund sitzt, für alles, was du während des Jahres leistest, was du Gutes tust. Und du machst es wirklich immer ganz beschein im Hintergrund. Vielen Dank, Edith Böhner. Applaus Applaus Applaus